Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Regrove mit dem CastRaptor, dem Schmetterling und dem Georg, der irgendwas cooles tut, glaube ich, hoffe ich, vielleicht, kann der sein. Wisst ihr, was wir machen hätten sollen? Wir hätten einfach Georg als Schmetterling in das Projekt holen können. Dann haben wir so mit dem Debitol, dem Schmetterling und dann sagt der Georg Hallo und dann geht's ab. Oh, ich hab ganz viele Quests abgegeben, hast du gehört? Nee. Was hast du gemeint? Ja, ja, ich hab diese Bücherquests abgegeben. Oh, cool. Und gerade die Bibliothek. Maut und Aluminum. Ich hab in der Zwischenzeit rausgefunden, wie man die Hobbits-Engines mit aufbringt. Zerden Rats und Signal gebraucht, haben bestimmt zu viele Leute geschrieben. Die Hobbits-Engine? Die Hobbit. Eigentlich ist es Hobby-List-Steam-Engine. Guck mal, ich hab eine Reed-Fishing-Rod, ne? Eine Reed? Die machst du aus Zuckerrohr, voll gut. Lol. Und damit kann man dann dieses Buch machen. Also man kann damit dann angeln und man hat hier dieses... Ui. Sollen wir mal angeln? Guck da mal rein. Lol. Also man kann relativ viel angeln. Ja, so ein Fischernetz und sowas, ne? Ja. Gibst du mehr Witter? Wie viele? Ui, die schönen Fische. Gibst du mehr Witter? Gibt es ein Aquarium? Ja, sorry. War mir tatsächlich gerade. So, 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 vielleicht. Warte mal, haben wir denn noch vier, ähm... Doch, haben wir noch vier. Dann können wir angeln. Wir könnten auch mal den großen Tauchanzug bauen. Der ist, glaub ich, auch eine Quest ist dann. Oh, oh, scheiße. What? What, what, what? Den großen Tauchanzug kann man denn dann schon bauen? Big Daddy. Ja, dafür brauchen wir Kupfer nur. Kupfer haben wir da hinten in der Ecke. Ja. Willst du den bauen? Na, den machen. Big Diver Suit. Big Daddy. Warte, dann mach ich zuerst mal zwei Angeln ready. Hab ich. Oh, oh. Allerdings brauchen wir noch... ...äh, Köder dafür. Das ist natürlich blöd. Haben wir nicht irgendwo Würmer? 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 Oh, warte mal, hier ist auch noch Kupfer Ingrid drin. Dann brauch ich dich noch mal vier Eisen. Machen wir eben ganz kurz die Bücherquests, als sie durch. Yes. Hast du noch Eisen? Vier Stück brauche ich an der Zahl. Ich habe gerade einen Block gegossen. Musst du da rausnehmen. Ist aber fertig. So. Dann tue ich mal wieder fünf hier rein und vier behalte ich und baue mir damit nämlich was richtig schönes. Boah, das ist so cool. Ein Iron Reel. Was kann denn das? Damit kannst du das Buch The Factory bauen und damit wieder einen Reward claimen. Nice, Rewards sind gut. Und die ist jetzt fast schon durch. Und wenn du dir die Factory anguckst, da fliegt dir wieder die Hose weg, ey. Die ist so krass zu machen. Ja, da kannst du so viele Sachen bauen, ne? Lol, Water Turbine. Oh, nein. Boah, das musst du dir mal angucken nachher. Ja, man. Okay, warte mal, was soll ich bauen? Den Taucheranzug, ne? Ja. Daucheranzug. Daucheranzug. Na, na, na. Anzug. Ja. Nein. Da. Nein. Da. Nein. Da. Ja. Der hängt schon wieder. Normaler Siegter. Irgendwo. Dann nied ich Glas für. Haben wir Glas? Ich hab vorhin irgendwo was in der Kiste gesehen. Ich liebe unsere Kisten. Ich auch. Nicht cool. Aber oben das Sortiersystem funktioniert ja super gut. Nur mal das Seed gefunden. So. Glas gefunden. Soll ich zwei bauen für uns? Ne, 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 bau noch einen. Oder? Der auch bau einen. Der wäffelt dann halt, ne? Zack. Und wie viel war denn das jetzt? Diving. 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 Oh, es gibt sogar einen Schlauch. Ich glaub, wir haben nur eine Bahn nach Rune. Oh. Dafür brauchst du nur Kupfer. Was? Dafür brauchst du nur Kupfer. Stimmt gar nicht. Ich hab nur die Boots angekupft. Von vielen Resten war dann neulis. Ja, die Boots. Da brauchst du aber schon zwei Leder. Hä? Oder? Warte mal. Ne. Doch, klar. Ehrlich? Ja. Tschüss, Kür. Was ist denn neue? Warte mal, ich hol mal ein bisschen Futter, dann wird abgefegt. Ah nein, den Helm hab ich angeguckt. Den Helm hab ich auch fertig. Ja, das ist doch schon mal was. Marnastil. Nicht den Kühlschlachten. Zu spät. Oh. Dem gefickt. Warte, das muss erst mal weg. Warte mal, ich glaube, an der Kuhfarm werde ich einen Drawer hinstellen. Ein Kompakt-Drawer, wo wir dann quasi Leder und Essen von den Kühen reintun. Beziehungsweise Leder und Fick-Weed reintun. So, jetzt haben wir's. Fick-Weed. Alter, was machst du denn da, Digga? Storkst du mich hier? Storkst du? Warum storkst du? Lol, was ist das denn jetzt für ein komisches Ding? Oh, lol. Oh, wow. Getränkt. Hast du jetzt echt die Kühe getötet? Nein. Bist du denn der Wahnsinn? Die gute Kuh, die hätte man noch essen können. Die Drawer sind richtig lustig. Warum? Also, du tust unten Weed rein und automatisch hast du dann oben so einen Weed-Ballen, so einen Hay-Bale, weißt du? Zum Craften? Oder wie? Wo ist das denn? Ja, ich wäre abgebaut, weil ich wollte nicht diesen Heu-Ballen. Hier, warte mal, guck mal hier drauf. Guck mal hier drauf. Siehst du? Lol. Geht mal. Jetzt wieder leer. Ey, das ist echt cool. Stimmt. Ja, ich fliege die Engine in die Luft, ey. Ja, die sagen, was ist denn da los? Du konntest doch keine Wooden Engine nehmen, wir haben wenigstens ruhig. Ja, aber das war die Quest. Aber stimmt, den Wooden Engine könnten wir auch nehmen. Stimmt, haben wir jetzt genug Iron? Stimmt, stimmt. Stimmt. Kein Iron mehr? Oh nein. Boah, wir haben so viele Bücher, ne? Du musst hier mal reingucken, sag ich. Marik. Nehmen wir mal die doppelten Bücher raus. Fische, das. Go. Kann man hier einen Armos-Stand bauen? Das ist eine gute Frage. Jo, da brauchen wir nur zwei Eisen und ein paar Platten. Willst du dir den Taucheranzug hinstellen? Ja, damit wir wissen, ah, da muss noch was gemacht werden. Da brauche ich mal noch vier Eisen. Hast du noch vier Eisen? Da liegen in der Kiste, in der Schmiedekiste. Das funktioniert wenigstens mal hier, ey. Mein Gott, das hat gedauert. Ich hab Essenz-Seeds. Krass, dann können wir. Geh auch, die haben Priorität, da. Voll viel am Fressen, ey. So. Wie toll der Taucher einem aussieht, ne? Ich bin begeistert. Sieht komplett gegenteilig aus, wie das auf dem, wie das quasi als Item aussieht, ja. Sag mal. Hier. Einfach nur so eine Kupferrüstung, oder? Ne, nur die. Was? Hä? Warum? Die Farbe passt doch nimmals. Voll scheiße. Das war so ein Trauerklotz. Ich weiß noch, was ich bauen wollte. Ja, eben. Einfach nur, als ob das irgendein Typ gemacht hat, so. Abschnacken-Typ gemacht. So, ich packe mal Weed hier rein. Na, habt ihr mit da Bock zu dingsen, so? Ne, irgendwie nicht. Zu dingsen? Habt ihr Bock? Na, wollt ihr mal ordentlich abdingsen? So richtig krass mal. Bietet. Erst ist er mir fertig. Habe ich keinen Reward nicht claim. Warum? Oder ist das... Ah, nee. Egal, passt schon. Ich hab mich nur selbst verwirrt. As usual. Aber wir haben jetzt keine... Ähm, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Bait. Doch, es gibt ganz viele verschiedene. Und was denn? A-Blade? Oh, ja. And Bait. Ach, ich glaub, da brauchen wir eine Maschine, den Ziffer. Um die Würmer erstmal rauszubekommen. Geil. Full steam ahead. Mechanical Carpentry. Sollen wir den Ziffer mal bauen? Wo ist er denn? Ja, gerne. Drei Fäden hab ich schon. Dafür brauch ich noch zwei Fäden. Iron Tank. Krass, aber... Du bist schon so relativ weit in dem Modpack eigentlich, ne? Wenn man die Quest sieht, die jetzt so kommen. So ein Iron Tank bauen. Oder ein Blast Furnace oder so. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem fühlt man sich hier in der Basis noch wie... Ja, wie in der fünften Folge oder so. Ja, genau. Also schon richtig unweit, ne? Wenn man so möchte. Ja. Lol, Fishing net. Okay, das ist aber nett. Aber ich glaub, das ist, weil man... Oh, Mann. Der war gut. Der war nicht schlecht, ne? Weil man immer andere sagen, Crafter, ne? Und ständig die Kisten auf und zu macht. Ja, und weil du halt immer nur das craftest, was du brauchst. So, du hast eine Quest. Dann machst du genau die Sachen. Und machst du die nächste Quest. Ah, ja, gut, das stimmt. Du spielst halt nicht so frei. Ja, genau. Und du brauchst nichts auf in dem Sinne, ne? Ja. Okay, ich hab jetzt Ziffer. Wo sollen wir die hin tun? Was macht man da denn? Erde durchdrücken? Warte mal, ich guck mal ganz so. Fishing and Breeding. Muss mal kurz lesen. Fußball. Ups. Fishing net. Warte, das Ding kann man jetzt auch mal. Da ist Lava. Achso, die kann man in Wasser stellen und über Zeit... Was sammeln sich da Fische drin? Generieren die randomly Fische. Cool. Reed Rods, you will need some way to collect the items and the resources. Okay, cool. Nichts verstanden. Äh. Es gibt sogar richtig krasse Angeln noch. Geil. Der Peter. Alter, du kannst ohne Witz, du kannst ein ganzes Projekt nur über diesen Fishing-Mod machen. Ich stell das Ding jetzt erstmal hier hin, so in die Wecke. Mann. Haben wir Erde oder so? Das ist kacke. Dreh dich jetzt wieder so, wie du sollst. Danke. Loll. Was haben wir? Sorry. Erde. Oder ein Apfel. Ich sehe gerade nichts. Das sieht ja cool aus. Hier sind zwei Äpfel drin. Wo? Mal momentan, warte. Und hier ist sie in Erde. Wow. Komm, dann drücken wir die mal da durch. Komm hier. Oh. Hallo, die muss man nebeneinander machen. Jetzt ist alles fertig. Wie dumm. Loll. Wann, das sieht gleich wie aus Galaktik ist. Oh, kommt mir gar nichts raus. Oh, da. Loll. Hast du was? Ameisen. Damit sind wir jetzt angehen, oder was? Ja, komm, warte. Nee, da krieg ich vier Ameisen und ne Rot. Und wie mach ich die da dran? Ich hab aber sieben jetzt. Hä? Okay. Ab geht's. Ja. Aber es ist dunkel. Lass schlafen. Okay. Georg? Schlafen. Schlafi, schlafi. Schlafi. Ich lege im Gräberle. Oh. Ja, mei. Boah, das ist voll nass geswitscht. Wie ist die Menschen da hinten? Das ganze Bett ist voll flüssig. You may not rust now. There are monsters nearby. Nice. Nice. Komm, wir ab geht's angeln. Sollen wir runter zu dem großen Meer? Aber wie mach ich denn das Ameisen da dran? Da rechts klicken. Dann esse ich die. Ah, jetzt. Dann werf ich die da direkt aus. Cool. Oh. Der Loll. Oh, da ist mein Michi krass. Der war aber. Erstmal Michi krass. Warte, kannst du mich mal hier runterboxen kurz? Warum? Weil ich nicht gegen die Felshahn springen wollte. Achso, Loll. Warte, ich tu erst mal dieses Pischer-Netz hier rein. Alkoma. Oh. Und jetzt Angel-Contest? Würde ich sagen. Drei. Ich hab aber nur vier Köder. Warte, dann geb ich dir einen, dann haben wir beide fünf. Drei. Okay. Zwei. Eins. Auf die Fische! Weil die können wohl was Spezielles. Und es gibt mehrere Stufen von Angeln. Ich auch schon einen. Na klar. Cheater, er hat wieder so eine Rednet-Angel oder so. Ja. Das erste Mal der Angel-Contest, ne? Hab ich erst mal eine Angel geangelt. Mit so richtig krassen Dingern. Aber ich glaub, wir ziehen immer denselben Fisch, ne? Du bist einfach viel schneller als ich. Ich hab halt noch Reflexe. Fertig. Wie viele Fische hast du? Der Föhn. Ich hab vier. Ich hab beim ersten Mal verkackt. Nein, ich weiß. Aber ich hab halt... Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab... Da sind voll die Werte drauf. Ja, stimmt. Ich hab zwei Stachelrochen, glaub ich. Neon Terra, ein Raw Minnow und ein Cod. Ein COD. Hey, 100.000 Dislikes. Ja. Vielleicht kann ich damit ja irgendwas machen. Was ist das hier für ein Ding? Was ist das hier für ein Ding? Warum geht der nicht? Warum ist noch kein Fisch drin? Müsst du erwarten. Dauert. Außer ganz am Ufer. Vielleicht sollten wir die irgendwo weiter reinsetzen. Neon now? Ja. Okay. Dann gehen wir noch hoch. Oh, Heiko, du brauchst voll lange. Ist die wieder geportet? Wir sind kein Cheater. Nein. Ich hab mich nur beeilt. Kurzes Treffen am Cypress Hill. Warum? Ist wichtig. Oh, warte. Haben die Kühe Hunger? Oh. Los. Jetzt wird gefickt. Bung, 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 bung. Ja, komm hier hoch. Warte, geh wieder hoch, geh wieder hoch. Warte, hier müssen wir her, komm. Warte, genau, hier müssen wir hoch. Genau, hier müssen wir her. Hier müssen wir geradeaus. Jetzt auf dem Ding. Jetzt geradeaus. Guck, hier ist der Cypress Hill, Georg. Schön, ne? Cool, denn das war's von heutigem Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn du gefallen hast, lass den Wertung da. Wo spaßt du? Hör mal. Alter, was ist das für ein Fingerart, ey? Krass. Bis dann, tschüss. 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 Tschüss.